Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich Willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Battlegrounds mit Moonboon. Oh ja, es ist eine Weile her, meine lieben Freunde. Wo sind wir reingekommen? Ich vermute mal wieder Huttenball. Ich komme in nichts anderes als Huttenball. Ja, es sieht nach Huttenball aus. Oh mein Gott, wie das mich schon wieder deprimiert. Jedes verfickte WG ist Huttenball. Warum? Warum zum Teufel? Ich kapiere es nicht. Okay, müssen wir durch. Wir sind wieder als Heel unterwegs. Ich hatte euch ja das letzte Mal gefragt, ob ihr das zu langweilig findet zum Zugucken oder so. Jetzt fängt er wieder an rumzuschreien hier. Der Junge, der Vater der Hutte, gratuliert euch, diese Form der Unterhaltung gewählt zu haben. Ich gebe weiter zu euch, Baron Todessiegel. Bin ich Baron Todessiegel? Ich glaube schon. Alles herhören. So lauten die Huttenballregeln. Zwei zufällig bestimmte Teams. Die Froschhunde und die Faulwürmer. Ein Ball so glitschig wie ein schleimiger Hutte. Schnappt euch den Ball und werft ihn. Ist der Ball hinter der Linie des gegnerischen Teams, erhält euer Team einen Punkt. Waffen, Beleidigungen und Betrug sind in höchstem Maße erwünscht. Der Ball darf aber nicht getreten werden. Hutten haben keine Füße. Zeigt unserem Sponsor Jihadat den Respekt, den er verdient. So. Ist die Ansage jetzt vorbei, oder was? Ja, es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal Huttenball gezockt haben, beziehungsweise Battlegrounds hier in Star Wars. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil in letzter Zeit ich nicht sehr motiviert war, allgemein Star Wars The Old Republic anzufassen. Es war so ein bisschen zäh immer alles, das Leveln. Ich bin zwar so ein Storyfreak und gibt mir das Leveln und die Geschichten und alles, aber ähm, es ist doch sehr anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit alles anhört und so. Von daher, was willst du jetzt so, Ficker? Go away, Bully! Wie jetzt? Ihr gebt mir den Ball, ihr Naps! Wo kann ich passen? Nein, ich wegrenne! Ja, so macht man das! Oh Gott, ich muss die erste wieder reinfinden hier. Laufballträger, ich hiel' nicht. Ich kann auch noch jemand stun. Stunning of Space! Ja, allgemein, gerade ein bisschen die Luft raus, finde ich, aus Star Wars The Old Republic. Ähm, wo ist er hin? Warum stirbst du? Du stirbst nicht, mein Freund. Komm her. Du bist mein Moonboot in guten Händen. Oh! Toll. Vorher den Weg abgeschnitten. Komm ich da noch ran? Nee, komm ich nicht. Komm ich von unten? Komm schon, Baby. Komm schon. Nein! Wie ist das passiert? Verflucht! Gleich mit dem Buff, hab ich denn in der Extra-Leiste? Ja, wie gesagt, bisschen zäh. Okay, deshalb, äh, in letzter Zeit nicht so viel Star Wars Action. Ich hoffe, ihr seht's mir nach, aber es kommt ja sonst jeden Tag ein Video, von daher müsstet ihr eigentlich versorgt sein. Wo ist der Ball? Ganz da hinten? Roffel? Gute Arbeit, Moonboon. Erstmal runtergesprungen. Geht's, Ed? Zeig schon wieder deine Künste heute. schon zu Frosch und schöner Pass. Bubble for you, bro? Bap, ja, please. Start ready? Start ready. Oh nein, ich schon wieder. Wir brauchen einen Reinigungsdruck. Nehme nur den Ball, bro. Viel Licht. Go, go, lauf, lauf. Kiel ist unterwegs, lauf. Nein, Ziel ist nicht sichtbar. Ein sinnloser Wurf. Die Foulwürmer verlieren, Leute. Die Froschhunde sind am Ball. Los, Froschhunde. Dort. Beginstens. Oh, das wollte ich nicht. Fuck off. Das ist ja ein Dreckspiel. Ich weiß schon, warum ich so lange nicht mehr gesprungen habe. Nein, ich will nicht nach hinten. Ich will geradeaus. Verfluchtes Sprungding. Er will mich verarschen. Geht ab. Fuck, die Mann. Die Foulwürmer erledigen den Ballträger. Jetzt. Wenigstens ansatzweise die Richtung. Ein Foulwurm wurde von den Froschhunden erledigt. Wo ist der Ball? Neutraler Ball. Neutraler Ball. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. Außer Range hier, außer Moonboon. Moonboon ist immer in Range. Oh, nicht sterben, Bro. Nicht sterben. Oh, da geht es gleich weiter. Nice. Buff. Fuck you, Game. Fuck you. Da, heal. In your face. Das war fast draus, Bro. Gib ihm. Die Foulwürmer machen Raum, gewinnt mit deinem Pass. Oh, oh, oh. Nicht gut. Jetzt habe ich nur wieder den Ball, weil ich mich verarschen. Go for it. Gehle ich mich als selber. Komm schon, geh aus, Feuer. Geh aus. Geh rein. Und. Weg, weg. Viel. 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 Oh, nein. Oh, nein. Ich will abspielen. Ich will abspielen. Nice. Immerhin, Punkt gemacht. Wenigstens, das. Weiter geht's. Jetzt bin ich motiviert. Ist doch ein geiles Spiel. Warum habe ich so lange nicht mehr gezorgt? Lol. No, chill in your face, Bro. Das sind Damage-Klicken. Da wurde ein Frosch und zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungs-Droid. Oh, das sieht nicht gut aus. Da vorne stehen ganz viele. Ganz, ganz viele. Das sind meine Leute. Das sind meine Leute. Okay, Bro. Gehen wir zusammen. Ich gebe mir noch eine 3. Oh, das sieht nicht gut aus. Auf dem Feuer stehen. Oh. Kann ich da hochpassen? Außer Reichweite. Irgendjemand hier? So. Wo ist der Ballträger? Da hinten. Jetzt können wir mal ein bisschen healen hier. Geht bestimmt was ab. Zip. 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 Nice Folge heal, würde ich sagen. Du schild. Du schild. Du schild. Alles schild. Oh, oh, oh. Der da stirbt. Wer bist du? Wer ist das? Schäcki? Schäcki? Go, Schäcki. Hier kommen die Heals-Mann. Bro. Wow. Oh, du brauchst auch hin. Sehen. Oh. Oh. Fast tot. Hab ich dich in Range? Nein. Ziel ist nicht sichtbar. Oh mein Gott. Ist wahrscheinlich eh schon tot. Meine Maus. Meine Maus ist weg. Okay. Maus ist wieder da. Oh. Go. Die Musik hat auch wieder aufgehört. Diesen Bug haben sie immer noch nicht gefixt, diese Ficker. Das geht mir auf die Nüsse. Oh, oh. Die Nübungen wird angegriffen. Oh. Die Zun stirbt auch. Oh Gott, Bro. Lebe. Lebe. Fuck. Nice. Done already. Done your face, Bro. Du hast einen Ball. Das hat er bestimmt auch nicht mehr aufsichtigt. Wir haben einen Schild für dich, Kumpel. Jetzt lauf. Lauf, Bro. Die Faulen überpassen. Ja, so macht man das. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Pass runter, Bro. Scheiße. Hätte gut werden können. Hätte gut werden können. Aber findet ihr nicht, dass die Musik fehlt, ist einfach nicht verzeihbar. Es ist so schwul. Es ist ein Star Wars Game. Wo ist die geile Star Wars Musik? Sie ist immer da, nur im BG nicht. Auf einmal ist sie immer weg. So ein Rotz. Äh. Grafik? Chatsteuerung? Sound. Sound an. Es gibt keine Schleife. Musikschleife oder so. Es gibt keine Optionen dafür. So ein Rotz. Ohne Witz. Gerade im PvP. Da braucht man doch ein bisschen irgendwie was Spannung noch reinbringen im Hintergrund. Vielleicht werde ich einfach meinen Loop rein editieren. Aber das kann es ja auch nicht sein. Oh. Bam. In your face. Oh. Schill. Heal. Oh. Da geht er schon down. Was geht jetzt auf mich? Ich bin nur der Healer. Oh. Feuer. Oh. Ah. Fail. Es steht 1 zu 0. Können wir das noch 3 Minuten halten? Ich bezweifle. Sie kommen da schön reingerannt gerade. Aber die kommen da auch nicht durch. Kann ich von hier jemanden healen? Dich? Stun. Äh nicht Stun. Schild. Ja. Das geht. Sehr gut. Von Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. Komm schon. Heal. Aber der eine Bro, der will hier durch. Und dann will er einen Pass. Habt ihr es gesehen? Da. Ich bin dann Feuer. So ein Bastard. Das wird nicht passieren, solange ich hier oben stehe. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. Yes. Noch 2 Minuten durchhalten. Go, Bro. I'm on your side, Bro. Away, Bully. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Oh, nicht zu ihm passen. Oh. Fatal Error. Heal on your way. Ich hab das Gefühl, die Heals kommen als gar nicht an. Das ist nicht hier. Wo muss man? Wir sterben. Babel. Instant. Oh, komm ich da noch durch? Das war knapp. Oh, das sieht für mich nicht gut aus, ne? Babel. Nicht runter. Schmeißen. Bastard, Kinder. Stun. Bleib hier. Der Wettkampf geschieht mit freundlicher Unterstützung von Kaufhunds köstlicher Salkikost. Sollte nicht jeder Salki das beste Fleisch bekommen. Oh, ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch, um ihn zu heilen. Nein. Scheiße. Fuck. Ja, wenigstens. Noch eine Minute 40. Oh, mein fucking Gott. Was für ein Spielzug. Ein Punkt für die Faulwürmer. Yes. Nice. Abgecheckt. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. Hoffentlich kommt nächstes Beginn nicht auch wieder hier. Ein sinnloser Wolf. Die Faulwürmer verlieren, Leute. Zieh, Bro. I'm your healer, Bro. Ach, der will gar nicht mehr vor. Die Faulwürmer machen Raum. Oh, doch. Oh, dieses Scheiß-Dinger hier ohne Witz. Oh, falsch. Falscher Kerl. Du! Bleib stehen, Fallsträger. Stunning, was? Was? Oh, leg. Komm her. Abgebrochen. Okay. Laufen wir halt mal wieder in die Mitte und halten eng ein bisschen durch. Hey, Bro. Ball in der Mitte? Ja, Ball in der Mitte. Oh, nein, fuck. Der Lungenerpass von den Froschhunden. Großer Raum gewinnt. Ab in die Sift-Media. Oh, funktioniert nicht. Alles klar. Dann halt nicht. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich komme irgendwelche Tapferkeit und Auszeichnungen. Bisschen Erfahrungspunkte. Bin ich der YouTube? Ja, ich bin der YouTube. Okay, nettes BG, würde ich sagen. Ja, du bist mein Chef. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam. Also, es macht mir nicht wirklich Spaß so. Ihr merkt es vielleicht auch. Ich bin so ein bisschen angenervt davon, dass immer Huttenball kommt. Ich würde echt gerne mal ein anderes BG machen. Und ich denke, das machen wir das nächste Mal auch. Wenn ich nächstes Mal wieder Huttenball kommt, dann lief ich so lang, bis ein gescheites BG kommt. Okay, ich hoffe, dass es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat. Jetzt ist auf einmal die stürmische Musik wieder da. Komisch, komisch, komisch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.